Sicher ist es ärgerlich, aber bei aller Frustration als Sportler muss man die Gesamtsituation der Bevölkerung im Blick haben. Da muss man ganz einfach sagen, da müssen wir uns jetzt alle daran halten, müssen alle die Einschränkungen in Kauf nehmen, damit wir irgendwann wieder unserem geliebten Sport nachgehen können. Frustrierend ist es, aber die Gesamtsituation momentan lässt den Verantwortlichen keine andere Wahl. Es gibt heute Apps wie Strava zum Beispiel, wo man natürlich genaue Auswertungen fahren kann, was jeder Spieler, die kriegen natürlich detaillierte Pläne von uns mit, vor allen Dingen Nadmir Softich macht da einen überragenden Job. Und wie gesagt, ich im Torwartbereich gucke natürlich auch, dass die Jungs die Trainingspläne einhalten und wenn wir wieder das okay kriegen, dass wir da wirklich auf einen körperlichen Zustand anfangen, wo wir nicht mehr auf null anfangen können, sondern können uns dann direkt in die fußballerischen Elemente stürzen oder jetzt speziell auf meiner Position ist es halt das Torwarttraining. Wichtig ist, dass die Jungs fit sind und dass sie nicht aus diesem Lockdown rauskommen mit körperlichen Defiziten und da werden wir dafür sorgen. Zuerst mal ist es natürlich so, wir dürfen nicht auf den Platz gehen, wir dürfen keine torwartspezifischen Sachen machen. Wir müssen natürlich Sorge tragen, dass die körperliche Fitness bleibt. Das heißt, es gibt da Ausdauerläufe, es gibt Intervallläufe, es gibt Stabi-Übungen, es gibt Kraftübungen, um wie gesagt die körperliche Fitness auch speziell für den Torhüter zu erhalten. Und das, wie schon eben gesagt, wenn wir wieder loslegen dürfen, dass wir dann direkt ins Torwartreinig wieder einsteigen können, dann sind die Abläufe auch wieder relativ schnell drin. Aber ein Torhüter muss natürlich etwas anders arbeiten im Lockdown wie ein Feldspieler. Ich habe sehr großen Respekt, was momentan passiert und wir tun alle gut daran, die Situation auch ernst zu nehmen und uns wirklich an die Maßnahmen zu halten, unsere Kontakte zu minimieren, zum Wohle der Gesellschaft und vor allen Dingen zum Wohle der Älteren. Und deswegen, also Angst vor dem Virus hätte ich jetzt für mich persönlich, falls, ich tue alles, dass ich mich nicht infiziere, aber falls ich mich infizieren würde, denke ich, dass ich ein gesunder Mensch bin, der vielleicht da relativ schnell drüber käme. Aber ich habe Angst um meine Familie und vielleicht auch um nahe Verwandte, die halt zu den Risikopatienten sehen. Wir hatten ja im ersten Lockdown auch überwältigende, überwältigende Aktionen, wo ganz, ganz viele Fans bei der Schutzschänkelaktion mitgemacht haben. Und da hat man gesehen, wie vielen Menschen dieser Verein unheimlich viel bedeutet. Und denen kann ich nur den Rat geben, behaltet diesen Verein im Herzen, es wird wieder bessere Zeiten geben und dann sehen wir uns alle hier im Stadion Oberwerth wieder und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal.